donnerstag der siebte dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video auch am heutigen siebten tag wo soweit ist öffnen wir das türchen und der nello adventskalender geht es ja da schon los und es kommt hier was zum vorschein dann sind wir hier beim kaufler da ist das türchen sage ich nur kurz achtet kurz auf den kommentar in die video beschreibung was ich da noch einstellen schaukelpferd halt da war ich mir ja nicht mehr sicher wo es da an der stelle kommt da ist das siebte türchen jetzt gibt es alkohol hat immer dieselbe form des schokoladen teil so bei dem geschenkten all die events kalender da kommt heute als einsicht ist dass man den geschenken raus sage ich mal bitte like das video lassen abo da wir sehen uns auch am morgigen freitag